Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Die Diskussion um die Zukunft der Kühlbrandbrücke erhitzt die Gemüter. Muss sie in absehbarer Zeit unbedingt abgerissen werden oder hat sie vielleicht doch noch eine Zukunft? Bei mir begrüße ich den Pressesprecher der Hamburger Architektenkammer, Klaas Gefreu. Hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Viele Stimmen haben sich in den letzten Tagen und Wochen, kann man fast schon sagen, zu Wort gemeldet zum Thema Kühlbrandbrücke. Was ist so die Haltung der Hamburgischen Architektenkammer? Also wir haben natürlich sehr genau verfolgt, was in der Presse geschrieben wurde. Den Auftakt macht ja die Zeit mit einem längeren Stück über ein Gutachten, was eben bisher unter Verschluss gehalten wurde und was eben ein neues Licht auf die bisherigen Planungen und Entscheidungen geworfen hat. Und für uns als Kammer stellt sich dann schon eben die Frage, ob die Art und Weise, wie bisher mit diesem doch sehr wichtigen Infrastrukturprojekt für Hamburg, ob damit angemessen umgegangen wurde. Gerade eben auch in Bezug auf die Transparenz. Denn wenn eben wichtige Gutachten, die eben in denen offensichtlich doch sehr wichtige Erkenntnisse aufgeschrieben wurden, wenn die unter Verschluss bleiben, dann kann sich weder die Politik, also sprich das Parlament, noch andere Institutionen, noch die Bevölkerung selbst ein Bild machen. Und das halten wir für ein bisschen schwierig. Kennen Sie das Gutachten denn inzwischen? Liegt es auf dem Tisch? Hatten Sie Einsicht? Also wir haben noch keine Einsicht. Man, also die Zeit hatte ja offensichtlich dieses Gutachten dann bekommen und offensichtlich ja wohl auch dann im Nachgang jetzt weitere Pressevertreter von Seiten der HPA, glaube ich. Wir selber haben es eben noch nicht bekommen. Ich denke, es wäre einfach eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt eben für die Wirtschaftsbehörde eben dann einfach oder für die Hamburg Port Authority tatsächlich eben dieses Gutachten auch tatsächlich auf den Tisch zu legen. So ein bisschen ist ja durchgesickert, was da drinstehen soll, eben durch den Zeitartikel oder die Zeitartikel. Und da geht eindeutig, so wie ich es verstanden habe, heraus hervor, man könnte diese Brücke noch instand halten. Das ist natürlich von 2008, das sind 15 Jahre her. Wie sehr altert denn eine Brücke in dem Zeitraum? Also das kann man jetzt so nicht pauschal einfach sagen. Das genau ist eben die Frage. Also erstmal würde ich sagen, in 15 Jahren wird sich nicht der Erhaltungszustand eines solchen Bauwerkes nun dramatisch verschlechtern, sodass man jetzt davon ausgehen muss, dass nun innerhalb weniger Jahre da nun nichts mehr geht und man diese Brücke nicht mehr benutzen könnte. Man muss ja auch dazu sehen, dass sie gerade erst vor einigen Jahren ja nochmal umfassend saniert wurde. Und von daher gehe ich jetzt eigentlich nicht davon aus, dass diese Brücke nun wirklich so große Probleme aufwirft, dass man jetzt kurzfristig ganz schnell eine Lösung finden müsste. Aber wie gesagt, letztendlich hängt es vom Gutachten ab und was da drin steht. Wichtig ist ja dabei auch nochmal, dass die Wirtschaftsbehörde und die HPA offensichtlich nochmal weitere Gutachten, Untersuchungen in Auftrag gegeben haben. All das müsste jetzt einfach mal auf dem Tisch, damit die Öffentlichkeit sich ein Bild machen kann. Also das Stichwort ist natürlich Transparenz. Ja, genau. Also dafür plädieren wir immer gerade eben bei solchen Großprojekten, weil ganz egal, wofür man sich dann letztendlich entscheidet für Erhalt und Sanierung oder ob man dann sagt, wir brauchen den Tunnel oder wir brauchen eine neue Brücke mit einer höheren Durchfahrtshöhe. Egal, wofür man sich entscheidet, man muss da die Bevölkerung einfach mitnehmen, weil es ist ein wirklich aufwendiges und sehr teures Infrastrukturprojekt und es hat auch einfach eine gesamtstädtische, eigentlich eine deutschlandweite Bedeutung, diese Brücke. Es ist ein Wahrzeichen von Hamburg, muss man sagen. Und wenn man dann eben eine andere Lösung will, dann muss man die Bevölkerung aus meiner Sicht wirklich mitnehmen. Es geht um viel Geld und es geht eben einfach natürlich auch um Hamburg als Stadt. Ein Argument für den Abriss ist, abgesehen davon, dass sie möglicherweise schon alt und irgendwann bauchfällig ist oder wird. Die Durchfahrtshöhe, ist das noch zeitgemäß? Also ich hatte auch gelesen, dass die Waren teilweise auf etwas flachere Schiffe oder kleinere Schiffe vorab umgeladen werden. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da würde es sich wirklich lohnen, einfach wirklich jetzt auch mal aktuelle Entwicklungen dann auch nochmal in den Fokus zu nehmen. Denn man muss einfach sehen, dass die gesamte, die ganzen Güterströme weltweit sich doch stark verändert haben. Und das hat eine unerhebliche Auswirkung auf den Hamburger Hafen. Wir merken es ja auch nach der Corona-Krise jetzt, dass der Hamburger Hafen nicht mehr diese Container-Umschlagszahlen erreicht von vor der Krise. Das ist halt einfach so. Und es gibt ja viele Experten, die davon ausgehen, das wird auch nicht mehr wiederkehren. Also das heißt, wir wünschen uns eigentlich auch wirklich als Kammer, dass es mal eine gesamte Hafen-Entwicklungsperspektive gibt, wo man eben einfach natürlich auch darüber nachdenkt, wie gehen wir denn eigentlich damit um. Und bezogen auf diese Durchfahrtshöhe ist es eben einfach so, ja, die ganz großen Schiffe passen unter die jetzige Kölbahnbrücke nicht durch. Das ist so. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt nur ein Terminal hinter der Kölbahnbrücke, was überhaupt angelaufen wird. Das ist nämlich CDA Altenwerder. Und das ist ein relativ kleines Terminal. Und diese großen Schiffe könnten im Prinzip dann auch an anderen Terminals gelöscht werden. Also so ist es nicht. Und der zweite Aspekt dabei eben wichtig, die Elbvertiefung hat ja nicht das Ergebnis gebracht, was man sich erhofft hat. Und es war klar, es soll die letzte Elbvertiefung sein. Also von daher ist eben auch sehr die Frage, ob diese ganz großen Schiffe überhaupt noch Hamburg anlaufen werden. Hat eben auch noch andere Aspekte dabei, dass eben einfach diese großen Schiffe entweder schon in Italien gelöscht werden oder eben auch in Holland an den großen Häfen Rotterdam, Amsterdam und dann eben Hamburg einfach gar nicht mehr anlaufen, weil diese großen Schiffe können Hamburg ohnehin nur, ich sag mal, halb beladen noch erreichen, weil sie ansonsten sofort in der Elbe auf Grund laufen würden. Mir schwirrt noch so ein anderer Begriff immer im Kopf, warum die Hafenquerspange, die A26. Wie weit sozusagen, welche Rolle spielt die in diesem ganzen Gemengelage? Auch das wäre noch tatsächlich mal wirklich eingehender zu untersuchen. Denn in der Tat, wir werden ja dann irgendwann diese A26 bekommen und die ja dann auch eine Brücke, eine Brückenlösung oder eine Brücke mit besitzen wird. Und diese Brücke würde eigentlich diese Kölbrandquerung auch entlasten. Und wie viel genau und wie man die Verkehrsströme auch steuern könnte, die Güterverkehrsströme, auch das sind einfach Dinge, die aus unserer Sicht noch nicht ausreichend geklärt sind und wo es einfach jetzt wirklich nochmal eingehende Untersuchungen geben muss. Was auch neu ist zu 2018 oder beziehungsweise damals noch nicht so im Bewusstsein war, ist dieses möglichst klimaneutrale Bauen. So ein Abriss an der Brücke wäre wahrscheinlich auch nicht so besonders nett fürs Klima. Ja, also genau, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also wir als Kammer wollen uns jetzt ja noch gar nicht festlegen auf eine Lösung. Also ob nun Abriss oder Neubaubrücke oder Neubautunnel, das können wir nicht, weil wir die Faktenlage noch nicht haben. Aber wir wollen eben einfach das oder wir wünschen uns eben einfach von der Politik und eben auch von der zuständigen Verwaltung, also sprich der HPA, dass wirklich alle wichtigen Aspekte bei so einer wichtigen Entscheidung auch tatsächlich mit einbezogen werden. Und CO2, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind dabei ganz wichtige Aspekte. Also das Bauen ist momentan in einem enormen Wandel und das wird in den nächsten Jahren noch stetig zunehmen, weil einfach der Bausektor der Sektor ist, der mit am meisten CO2 emittiert. Und das heißt, da muss man ran. Es gibt eigentlich wirklich diesen Zug dazu, dass man sagt immer möglichst wenig Neubauen, lieber mit dem Bestand arbeiten, weil die gesamte graue Energie, die sogenannte graue Energie, die eben in der bestehenden Bausubstanz steckt und eben auch natürlich sozusagen die Produktion von CO2, die sollte man nicht einfach sozusagen preisgeben. Wenn man abreißt, vernichtet man Energie, wenn man abreißt, vernichtet man sehr viel Material, was einfach Bauschutt ist, was dann Sondermüll ist, weil man meistens die Dinge auch nicht trennen kann. Und für den Neubau würde man natürlich sehr viel, also sprich Beton, wieder sehr viel CO2 erzeugen. Und das sind natürlich Aspekte, die in so eine Gesamtrechnung, in eine Gesamtkalkulation natürlich mit einfließen müssen. Das ist schon etwas, was wir so als Kammer auch erwarten. Wie funktioniert so ein Ablauf von so einer Entscheidung bis hin zum Bau, zum Verteilen sozusagen der Aufträge? Wie weit werden zum Beispiel Sie oder andere Architektenbüros einbezogen? Ja, wir sind ja kein Architektenbüro, wir sind die Kammer, wir sind die Standesvertretung sozusagen. Wir sind eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Aber die Expertise halt von der Seite. Ja, wir haben eine gewisse Expertise, aber wir werden jetzt natürlich in solche konkreten Planungsverfahren nicht einbezogen. Das macht natürlich die Verwaltung selbstständig. Und dafür gibt es natürlich auch geregelte Verfahren. Also das heißt, am Anfang werden natürlich erstmal Gutachten beauftragt, um überhaupt erstmal den Zustand der Brücke abzuschätzen und ob sich eine Sanierung lohnt und so weiter und so weiter. Und dann wird das natürlich, wenn man dann zu einer politischen Entscheidung, Bewertung und Entscheidung gekommen ist, dann werden natürlich entsprechend Ausschreibungen gemacht, die natürlich dann auch europaweit stattfinden. Aber das ist dann eben ja schon der Punkt, wo man dann sich ja auch dazu entschlossen hat, etwas zu tun und es dann eigentlich nur noch umsetzt. Das ist dann natürlich öffentlich. Was wir uns wünschen würden, ist eben bei so einem Projekt, dass eben einfach schon in der Phase davor eben tatsächlich auch die Öffentlichkeit mitgenommen wird. Und Teil dieses Prozesses wird. Das ist einfach etwas, also dass man einfach auch der Öffentlichkeit klar erläutert, das und das und das sind die Aspekte und die Punkte, die sind wichtig. Und deshalb wollen wir es so und so machen. Weil man muss eben einfach sagen, es geht dabei auch um wahnsinnig viel Geld. Also ein Neubau einer Brücke würde etwas über eine Milliarde kosten. Und wenn man sich für die Tunnellösung entscheidet, sind wir bei 5, noch was Milliarden. Und Stand derzeit, und wir sehen ja an der Inflation, dass das nicht die endgültigen Preise wahrscheinlich sein werden. Also das ist verdammt viel Geld, wofür ja dann letztendlich auch die Hamburger Steuerzahler aufkommen müssen, auch wenn der Bund sich vielleicht beteiligt. Also es wird sehr viel Geld sein, es wird die Stadt sehr stark belasten. Und dann ist es eigentlich natürlich nur billig, dass dann eben auch die Bevölkerung mit einbezogen wird. Es geht jetzt aktuell, ich sagte das eingangs, hoch her. Das Thema ist sozusagen aus der Schublade, auch wenn bestimmte Gutachten vielleicht noch nicht von allen eingesehen worden. Was meinen Sie, wie geht es weiter oder wie kann man sich jetzt einigen? Also gut, die Wege der Politik sind für uns natürlich manchmal auch nicht sozusagen schon von vornherein klar. Wir sehen natürlich momentan, dass es innerhalb des Senates da auch Diskussionen gibt. Das wollen wir jetzt auch gar nicht weiter bewerten. Wir hoffen eben einfach nur, dass diese Diskussion und auch dieser Streit, der jetzt in der Stadt entstanden ist, vielleicht der Auftrag sein könnte, dass man eben tatsächlich dialogisch die Öffentlichkeit mit einbezieht und eben einfach auch die wichtigen Institutionen der Stadt mit einbezieht. Und das ist dann eben nicht nur die Hafenwirtschaft, sondern eben auch noch andere Stakeholder in der Stadt. Also das ist das, was wir uns wünschen jedenfalls. Und auch die Bedeutung als Denkmal eben, nicht? Genau. Also es ist eben natürlich auch ein Denkmal. Das muss man einfach mal so sehen. Es gibt natürlich immer die Option für die Stadt laut Denkmalschutzgesetz, wenn es bestimmte übergeordnete Belange gibt, dann eben abzureißen trotz Denkmalschutzes. Aber das muss man dann eigentlich auch gut begründen können. Und alleine deshalb schon wäre es eben auch wichtig, dass man eben diese Gründe eben auch tatsächlich öffentlich und transparent darlegt. Ein wunderbarer Schlusswort, Herr Giffroy. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und liebe Zuschauer, das war es von Nachgefragt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.